Kannst du das jetzt nicht mehr? PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Bau, direkt vom Platz, direkt ins Studio. Ja, hallo und willkommen im neuen Jahr. Man kann durchaus noch sagen, frohes neues Jahr. Oder denn zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, ist es Montagabend, sprich 31. Januar. Und ich finde, im Januar darf man immer noch frohes neues Jahr wünschen. Und Christoph Heeren, der hier so neben mir sitzt mit seiner PPP-Mütze, übrigens sehr schön, guckt mich gerade so ein bisschen entgeistert an. Christoph, wie geht es dir und was geht dir gerade durch den Kopf? Mir geht es an sich ganz gut, aber ich meine irgendwann mal gehört zu haben, dass bis zum 10. Januar es noch okay ist und danach wird es ein bisschen komisch. Das ist mein Geburtstag. Hat es was damit zu tun? Äh, nö. Das war ein random Datum oder was? Das war echt das Datum, das ich im Kopf hatte. Das war ja auch ein Montag dieses Jahr, also von daher. Hätte es ja sogar noch gepasst. Und damit haben wir doch mal wieder ein perfektes Intro für eine PPP-Folge hingelegt. Ich habe auch ein bisschen Angst vor dieser Folge, weil, was ihr gerade nicht wissen könnt, wir sitzen hier seit 10 Minuten, überlegen uns ein Intro und wir sind so dermaßen viel Blödsinn am Erzählen. Ich hoffe, dass man das hier alles nachher noch hören kann. Ja, und dass man das dann auch so aussenden darf. Ich meine, hier Zensur und so, nicht, dass da nachher, Weißt du, wie man so einen Piep einspielt? Das müssen wir nachher mal gucken. Ja, können wir gucken. Aber bis dahin würde ich sagen, wir reden erstmal uns weiter um Kopf und Kragen. Und wir haben nämlich zwei Spiele im Angebot für euch. Einmal, ja, starten wir das Jahr standesgemäß so, wie wir es quasi beendet haben, mit dem RFC-Raren ein hatten. Die hatten das letzte Spiel des vergangenen Jahres gegen Mormont, ein Nachholspiel unter der Woche, haben sie verloren. Und das neue Jahr haben sie jetzt mit einem Sieg gestartet gegen Waus-Bassoir, wie im Hinspiel 1-0 gewonnen. Das ist das erste Spiel. Und Christoph, du warst auch noch ein Spiel gucken am Sonntag. Sag du mal, welches? Genau, ich wollte mich nicht allzu weit aus dem Haus begeben. Also war ich nochmal am FC, den FC Eupen gegen Stavlo schauen. Und, ja, so sehr ein 1-0 bei Rachen Einheiten vielleicht ein bisschen überraschend ist als Ergebnis. Beim FC Eupen kennt man es doch eigentlich fast nicht anders. 1-0-Sieg gegen Stavlo. Ja, so ein bisschen die Rückkehr in alte Muster, ne? Ja, genau. Also zum Ende hin, letztes Jahr sah es ein bisschen anders aus, aber der Start der Saison beim FC Eupen, der bestand ja fast nur aus diesem Ergebnis. Absolut, aber lassen wir uns vorne anfangen und vor allem auch in der höchsten Klasse, die wir hier im Podcast jemals bedient haben, die dritte Division Amateure. Ich glaube, wir sind mal über die AS hergezogen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Können wir auch nochmal machen. Haben sie auch jetzt verdient, also von daher. Ja, es wird passen. Wobei, wer weiß, vielleicht strafen sie uns Lügen am Donnerstag. Gegen andere Licht, ja? Wer weiß? Wer weiß. Oder sie kriegen ein Pfeilchen verpasst. Ja, wie war das nochmal? Wir holen Meisterschaft. Okay, das ist jetzt noch ein anderer Fall. Egal, hier käme jetzt der Piep eigentlich ganz gut. Ja, genau. Hier sind wir mal wieder ein bisschen zu weit abgewogen und vor allem auch nicht sonderlich zweckdienlich. Roter Faden? Hä? So, egal. Raren Einheiten gegen Worsbasuar. 1-0 habe ich eben schon gesagt. Was möchtest du denn alles wissen, Christoph? Ja, erstmal, wie es möglich ist, dass Raren Einheiten kein Gegentor kassiert hat. Ja, das haben sie ja schon ein paar Mal gezeigt, diese Saison. Aber gerade jetzt nach diesem Spiel kann man da eine einzige konkrete Antwort geben und die heißt Romelu Garetti. Der Torwart von Raren Einheiten, bärenstark. Also was der da gestern alles rausgeholt hat, das fing schon in der fünften Minute an mit einem richtig guten Save. Und danach folgten noch vier. Also es war auch nachher bei allen Beteiligten ganz klar, dass Romelu Garetti der Man of the Match war. Also da konnte auch Markus Klauser nichts anderes sagen, obwohl er ja das 1-0 geschossen hat, den Siegtreffer. Aber da gab es einfach, ja, da gab es keine Diskutiererei. Romelu war mit Abstand der Man of the Match. Du hast das 1-0 jetzt gerade schon angesprochen und das war ja auch eher so ein kurioses Tor. Das leitet dann eher so in meine zweite Frage über. Wie kann es sein, dass Raren Einheiten nur einmal getroffen hat? Indem einfach der Platz gar nicht so sehr bespielbar war, weil ich meine, das wirst du wahrscheinlich jetzt bei jeder Mannschaft hören, die am Wochenende gespielt hat. Sie kommen aus einer Winterpause, die zwei Wochen länger gedauert hat als geplant. Die Vorbereitung war sehr mühselig, weil viele Leute fehlten, sei es durch Corona, sei es durch Verletzungen, durch sonstige Krankheiten, durch Urlaub. Ich meine, das ist bei jeder Mannschaft ja im Moment so. Und darüber hinaus war auch der Platz einfach wirklich sehr holprig. Markus Klauser sagt auch nachher im Interview, sie haben nach zehn Minuten aufgehört mit dem Kurzpass-Spiel, weil es einfach überhaupt nicht möglich war. Und dann gab es viele lange Bälle und jeder weiß, dass das nicht unbedingt Raren Einheiten-Spiel ist. Vor allem, wenn sie vorne dann so Leute wie Nicolas Colibri eben nicht haben. Oder vielleicht auch Otto Niniro, den habe ich auch schon mal vorne spielen sehen. Sie hatten vorne mit Moussa Diané zwar einen großgewachsenen Stürmer anstelle von Jeremy Bong. Der war allerdings gestern nicht wirklich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Moussa Diané hat mir nicht so gefallen. War dann doch sehr unglücklich, ist auch in der Pause dann ausgewechselt worden für eben jenen Jeremy Bong. Ja, und dieses eine Tor von Markus, da mussten sie alle selbst drüber lachen, auch Markus, weil es halt auch wirklich ein, ja, das passte zum Spiel, das Tor. Also es war weder ein Kunstschuss, noch ein schön rausgespielter Angriff. Es war ein Konter, den Markus Klauser selbst eingeleitet hat, mit einem Ball auf Carlo Evertz. Und der legt ihn dann zurück auf Markus. Und Markus war dann schon im Strafraum, ging in den, ja, nicht Zweikampf, sondern Dreikampf und stocherte sich einfach irgendwie den Weg frei ins Tor. Und irgendwie hat er dann den Ball mit der Fußspitze noch über die Linie buxiert. Und ich weiß nicht, stand hinter der Werbebande dann. Und dann meinten sie auch schon, also das ist das lächerlichste Tor seiner Karriere. Und selbst Markus musste lachen. Aber er meinte natürlich auch, der Ball war im Tor. Wir haben gewonnen, das ist alles, was zählt. Ob das Tor dann schön war, interessiert mich am Ende des Tages nicht mehr. Also ein Platz, der nicht sehr viel Fußball dann angeboten hat. Wie hat Rachen Einarten es denn dann gemacht, so ohne den Fixspieler vorne drin, den man dann eben auch gut mit den langen Bällen hätte füttern können? Ja, in dem dann halt eben mal so eine Art Glückstreffer gefallen ist. Gerade in der zweiten Halbzeit kam dann auch mehr Schwung nach vorne, als dann Jeremy Bong eingewechselt wurde und Carlo Evertz auch, weil Simo de Honje dann auch ein bisschen angeschlagen in der Pause, in der Kabine geblieben ist. Und dann wurden dann doch ein paar Chancen konkreter. Da hat Marcel Pirne am Ende dann auch noch die riesen Chance aufs 2-0 liegen lassen. Frei vor dem Tor kommt er da zum Schuss und dann ist noch ein Abwehrbein von Vos Basuada dazwischen. Und ja, der Ball wird dann zur Ecke geklärt. Prinzipiell war das aber nicht das Spiel der großen Chancen. Und ich glaube, wenn ich es mir so durch den Kopf gehen lasse, wenn man wirklich jetzt mal alle Chancen zusammenzählt, dann hätte Vos Basuada es auch gewinnen können. Aber, wie gesagt, Raren einander hatte eben Romelu Angaretti im Tor. Und der hat gesagt, nein, hier gewinnt nur eine Mannschaft und das ist meine. Also quasi so ein typisches Spiel, wie es eine Spitzenmannschaft braucht, wenn man oben dranbleiben will. Ja, absolut. Und das ist jetzt auch die Qualität, die Raren dann scheinbar jetzt hinzugewonnen hat, dass sie diese Spiele halt eben erstmal zu Null bestreitet und zweitens auch gewinnt. Weil, das haben wir ja schon so oft gesehen, dann führen sie 2-0, haben ja alles im Griff und am Ende bekommen sie noch 2 Eier rein, wo du denkst, das hättet ihr niemals verlieren bzw. unentschieden spielen dürfen. Und das meinte übrigens auch Jonathan Negrin nachher, der Trainer. Der meinte, das ist schon ziemlich seltsam. Weißt du, dann hast du dann Spiele, wo der Gegner gar keine Chancen hat oder nur eine halbe und macht daraus quasi zwei Tore. Und in diesem Spiel, wo Vos Basuada wirklich die Chancen hatte, um das Spiel zu gewinnen, bleibt Raren dann gegentorlos. Und ja, wie du sagst, das musste natürlich dann auch über die Zeit bringen. Und indem du so eine Spiele gewinnst, hast du natürlich auch verdient, dann oben zu stehen. Und das tut Raren nämlich jetzt, weil wenn du dir die Top 8 anschaust vom Wochenende, da hat außer Raren nur Rochefort gewonnen. Alle anderen haben unentschieden gespielt, teilweise auch in direkten Duellen gegeneinander oder verloren. Und das ist natürlich jetzt die perfekte Gelegenheit gewesen für Raren Einheiten, dass sie ja wiederum, wir haben es eben angesprochen, kurz vor Weihnachten gegen Mormont verloren hatte, was ein Nachholspiel war, wo sie diese eine Chance dann, sich über diesen Joker weiter vorne heranzusetzen, vergeben haben. Also ein erfolgreicher Nachmittag so gesehen für Raren Einheiten. Ja, ein perfekter. Was können sie denn daraus noch mitnehmen dann für die nächste Woche, außer die drei eingefahrenen Punkte? Ja, mehrere Dinge. Also erstmal, Romelu Longaretti ist nach seiner überstandenen Verletzung voll da, braucht überhaupt keine Anlaufzeit. Zweitens, sie haben das Spiel ohne Gegentor überstanden, was ja nicht oft vorgekommen ist. Drittens, sie haben sich vorne minimalistisch, aber trotzdem effektiv gezeigt. Und viertens, sie sind wieder vorne mit dabei. Und das bringt ja auch sehr viel Selbstvertrauen, gerade weil jetzt auch in ein paar Wochen einander Spitzenspiel gegen Diso ansteht. Übrigens, was ja dann noch eine ziemliche Story nebenbei ist, gegen den künftigen Trainer, Eric van der Boon, der ja da noch Abwehrspieler und Kapitän ist. Ja, und das sind natürlich alles Dinge, die jetzt auch gerade mit Hinblick auf die nächste Woche, da geht es auch zu Hause gegen Giordogne, durchaus helfen können. Hat man Rachen-Einheiten denn jetzt so ein bisschen, kann man das Abschiedseuphorie nennen, angemerkt? Gar nicht. Dass sie jetzt irgendwie Jonathan noch zum Abschied quasi noch den perfekten Saisonabschluss schenken wollen? Ja gut, das ist ja klar. Also, dass sie ja alle jetzt endlich auch mal gerade, weil es auch ihre erste richtige und höchstwahrscheinlich oder hoffen wir mal komplette Saison der D3-Amateure ist, dass sie da dann endlich mal sagen wollen soll, jetzt zeigen wir hier mal allen, was wir können. Wir wollen nicht nur nach 23 Spieltagen auf Platz 3 oder 4 stehen, sondern halt auch nach 30. Das ist ja ganz klar. Das hat auch im Prinzip nichts mit dem Abschied von Jonathan zu tun. Das ist einfach so. Also, ist vielleicht noch mal ein bisschen größer geworden die Motivation, da gebe ich dir recht. Allerdings habe ich da gestern jetzt nichts anderes gemerkt als bei den Spielen zuvor, weder bei der Mannschaft noch bei Jonathan, also auch nachher in den Interviews. Der war ganz normal wie immer. Da war jetzt nicht, dass er irgendwie eine Träne im Auge hatte. Zumal, ich meine, jetzt sind hier auch noch 13 Spiele. Also, wer da jetzt schon den Abschiedsblues hat, also sorry, was soll das denn werden die nächsten Monate? Dann können wir rüber zu dem etwas weniger überraschenden 1 zu 0. Das Spiel hast du ja sogar richtig getippt, das Spiel Eupen gegen Stavolo. Da hast du mit einem 1 zu 0 gerechnet. Jetzt mal, bevor ich beschreibe, wie das Spiel abgelaufen ist, was für ein Spiel hast du denn erwartet, als du dieses Ergebnis im Kopf hattest? Ja, ich hatte mir halt schon gedacht, dass sich viele Mannschaften schwer tun werden, nach der Pause, aus eben den Gründen, die ich ja eben auch schon genannt habe. Zweitens wusste ich, dass der FC gerne mal minimalistisch unterwegs ist. Und drittens weiß ich, dass Stavolo ein ziemlich unangenehmer Gegner ist. Und dann habe ich schon erwartet, dass der FC die da jetzt nicht mit 7 zu 0 aus dem Stadion fegt. Gut, man kann es auch einfach Fachwissen nennen. Ja, man kann, aber man muss nicht. Ja, du hast aber an sich recht. Also, so kann man es eigentlich ganz gut beschreiben. Also, die erste Halbzeit, die war sehr zäh. Da hat Stavolo eigentlich viel richtig gemacht. Sie haben das Zentrum sehr verdichtet. Und ja, bei Eupen war da ein bisschen zu wenig Bewegung. Und auch ein bisschen zu wenig Breite im Spiel. Das heißt, es wurde jedes Mal probiert, da durch die Mitte zu spielen. Und da haben sie sich jedes Mal verlaufen. Da wurde dann der Ball verloren. Stavolo machte das gut. Haben probiert auch jetzt nicht so den riesen Laufaufwand, sich selber aufzuzwingen. Sondern haben halt probiert, das Spiel so eng wie möglich zu gestalten im Mittelfeld. Und das hat über eine Halbzeit perfekt geklappt. Mit 0 zu 0 ging es dann eben auch in die Pause. Und ja, in der zweiten Halbzeit hat man dann aber auch gesehen, dass der Trainerstab des FCs offensichtlich verstanden hat, wo das Problem lag. Weil da waren plötzlich beide Außenverteidiger höher anzutreffen. Vor allem auch Lukas Palm auf der linken Seite. Dem wurde dann auch häufiger mal von der Seite zugerufen. Dann geh auch ins Eins gegen Eins, weil das häufig dann auch geklappt hat und gefährliche Situationen mit sich brachte. Ja, und der Unterschiedsspieler in dem Spiel war neben dem Torwart, neben Adria Pelzer, der Einwechselspieler Liam Weinberg. Hast du den Namen schon mal gehört? Ich habe ihn gerade gelesen, weil ich habe jetzt gerade die App hier auch vor mir und den Spielbericht quasi. Nee, also ehrlich gesagt kenne ich ihn nicht. Ja, genau. Ich kenne ihn nur als einen der Trainer der U6, also der ganz Kleinen. Und ich weiß, dass er ein sehr talentierter Spieler ist und der hat sehr viel Bewegung ins Spiel gebracht. Viele Situationen, wo er mit nur einer Beiberührung gespielt hat, dem hat man auch nicht allzu viel Nervosität angemerkt. Und ab dem Zeitpunkt, wo er drin war, kam so eine Viertelstunde, 20 Minuten, wo der FC wirklich am Drücker war. Und ja, er hatte quasi mit der ersten Beiberührung schon eine erste große Torschance, auch so gefühlt die erste richtige Torschance für den FC. Ja, und er war dann auch später mit daran beteiligt, dass Alessio Kraft für einmal dann seine Geschwindigkeit in dem Spiel ausspielen konnte und das 1 zu 0 erzielte. Also Liam Weinberg, ein Spieler, den wir auch in den nächsten Wochen durchaus noch sehen können beim FC? Könnten auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie die Pläne da aussehen. Aber mir hat er sehr gefallen. Die Minuten, die er gespielt hat, das war sehr interessant. Also so als, in dem Fall hat er auf dem linken Flügel so ein bisschen gespielt, neben Alessio dann eben auch. Und das war schon interessant, was er da angeboten hat. Und es war ihm auch interessant zu sehen, dass Stavlo, sobald das Spiel dann breiter wurde, hatten sie sich schwerer, aber die waren wohl im Konter gefährlich, bis sonst geht nicht mehr. Ich habe eben Adria Pelzer angesprochen und der hat Olpen ein ums andere Mal auch im Spiel gehalten. Also da war auch die ein oder andere richtig gute Parade bei, vor allem auch in den letzten Minuten, weil ich habe davon gesprochen, der FC hat so eine Viertelstunde, 20 Minuten richtig gut rücken können. Da hätten sie auch höher führen müssen. Aber aufs ganze Spiel gesehen, wäre vielleicht sogar ein unentschieden das fairere Ergebnis gewesen. Ja, das sind ja eigentlich ziemlich viele Parallelen auch zum raren Spiel. Torwart entscheidend, Glück gehabt mit dem 1-0-Sieg. Genau, ja. Das kann man eigentlich ähnlich zeichnen. Nur, dass der Platz halt nicht so schwierig zu bespielen war bei Kunstrasen in Eupen. Es war auch nicht immer der größte Spaß für den Fußballer. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du dann auf einem durchtränkten Rasenplatz spielst oder auf einem Kunstrasen, wo für einmal die Drainage auch nicht Probleme bekommen hat mit den Wassermengen. Ja, klar. Wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen von der P2, dann ist Eupen weiterhin Tabellenerster mit 41 Punkten. Und dann kommt Recht mittlerweile. Sie haben gewonnen gegen Kelmis, während Sarg Punkte liegen gelassen hat. Sarg und Recht haben jetzt beide 38 Punkte. Glaubst du, da ist noch irgendwas spannend? Ich meine, es sind zwar jetzt nur drei Punkte Unterschied zwischen Eupen und dann Recht und Sarg. Meinst du, da ist noch irgendwas spannend? Kann da noch was anbrennen? Oder würdest du sagen, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass der FC Meister wird? Also ich glaube, da musst du schon ein bisschen wahnsinnig sein, um deine Hand dafür ins Feuer zu legen, dass der FC das dann auch durchzieht. Weil sie haben ja doch in den letzten Jahren bewiesen, dass sie auch teilweise mit guten Ausgangspositionen das noch verspielen können. Und es sind nur drei Punkte auf Recht und Sarg, Lesbar. Rocherath hat jetzt verloren am Wochenende gegen Amel, aber die würde ich jetzt auch nicht abschreiben. Es sind ja wiederum nur zwei Punkte dahinter. Genau. Es sind 36. Ja, genau. Also da reden wir dann eben von drei, drei und fünf Punkten. Dahinter ist Finito. Hösi oder so, die werden nicht mehr mit eingreifen können. Das siehst du ja allein schon daran, dass Amel auf Rang 8 quasi wieder eher an Hösi rankommen kann, als Hösi an Eupen. Da siehst du, dass nach Platz vier eigentlich niemand mehr da ins Meisterschaftsrennen eingreifen kann. Aber zwischen den vier Mannschaften, da würde ich mich noch lange nicht festlegen. Also wenn du auch siehst, wie viele Ausfälle der FC dieses Wochenende mal wieder hatte. Das siehst du ja in den Einwechslungen. Da ist ja bis auf Ruben Ordonest jetzt keiner von den etablierten Spielern reingekommen. Und es ist nochmal gut gegangen, wie man sagt. Aber das muss ja jetzt auch nicht unbedingt jede Woche. Und da bin ich mal gespannt. Auch was Recht dann eben, ob Recht durchziehen kann. Ob das bei Rocherath jetzt nur ein Ausrutscher war gegen Amel, die ja auch in den Wochen vor der verlängerten Pause richtig stark waren. Oder ob das jetzt vielleicht so ein Anfang von einer kleinen schwächeren Phase des KfzR ist. Ja, und dann mal schauen, was sachlichst wahr macht. Also es ist zwischen den vier Mannschaften, ich würde mich da nicht festlegen. Zumal Eupen auch noch gegen alle drei Mannschaften spielen muss. Ja, ich weiß aber nicht, ob das unbedingt so ein großes Problem ist. Wenn du siehst, gegen wen Eupen die meisten Punkte verloren hat bisher. Das waren ja jetzt nicht unbedingt die Mannschaften da oben drin. Stimmt, hast du eigentlich recht. Gut, finito? Finito. Perfekt, dann kommen wir noch zum letzten Kapitel. Und zwar zum Ausblick aufs nächste Wochenende und unserem Tippspiel. Sag nochmal ganz kurz einfach, weil ich es so schön finde. Wie viele Punkte Vorsprung auf dich habe ich jetzt? Zwölf. Ich bin schon froh, dass du mich nicht gefragt hast, wie die Punkte insgesamt aussehen. Ich glaube, es sind 64 zu 52. Ich hatte es aber schon wieder gelöscht. Ich wollte es nicht allzu lang vor Augen haben. Ich merke es mir auf jeden Fall. Gut, nächste Woche haben wir Bütchenbach gegen Elsenborn. Genau. Ich gucke mal, ob ich da mitfahre oder vielleicht auch ein anderes Spiel schaue. Aber Stand jetzt tippen wir erst mal das Spiel. Und ja, ich wollte ja zuerst 7-5 tippen. Aber dann ist mir wieder eingefallen, ja, du hast ja sowieso schon Rückstand. Vielleicht solltest du mit dem Blödsinn aufhören. Mit dem 5-1-Tipp öppen gegen Stavlo bin ich auch ziemlich auf die Nase gegangen in dieser Woche. Also sage ich 3 zu 2 für Bütchenbach gegen Elsenborn. Das Hinspiel war ja 2 zu 2. Da war ich auch mit deinem Kollegen Marvin Worms. War ein ziemlich schönes Spiel. Also hätte man jetzt so eigentlich nicht erwartet, ohne beiden Mannschaften da jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber es war ein schönes Spiel mit, ja, ich weiß sogar noch, Tim Joost. Ein ziemlich geiler Treffer, wo ich gedacht hatte, das wäre eine missglückte Flanke gewesen. Aber er hat nachher gesagt, es war genauso gewollt. Glaube ich ihm jetzt mal. Ich hoffe natürlich, dass das Spiel anknüpfen kann an das Hinspiel. Bütchenbach jetzt mit 3 unentschieden in Folge, worüber sich Trainer Steve Packe eben am Telefon ziemlich aufgeregt hat. Auch jetzt gerade nach dem Spiel gegen Lonsen, wo er gerne den Elfmeter bekommen hätte für seine Mannschaft, den es dann aber nicht gab. Und da ist auf jeden Fall Feuer drin bei Bütchenbach, weil sie haben jetzt auch so ein bisschen den Kontakt oder den direkten Kontakt zu den Aufstiegsplätzen verloren. Und den wollen sie sich natürlich wiederholen, während es in Elsenborn gerade im Moment sehr gut aussieht, auch mit dem 3-0 jetzt gegen Vervier B. Sie haben sich wirklich aus dem Tabellenkeller befreit. Und ich würde auch jetzt so weit gehen und sagen, wenn Elsenborn noch vier Punkte holt oder sechs Punkte holt, dann haben sie die Klasse auf jeden Fall sicher. Da ist natürlich jetzt so ein bisschen Bringschuld gegen Optimismus und gutes Gelingen. Und ich glaube sogar, dass Elsenborn dieses Spiel gewinnen wird. Nicht mit großem Vorsprung, aber mit einem 2-1. Gewagte These. Ich weiß, dass Steve ja hier auch manchmal zuhört. Stimmt. Ich würde aufpassen, wenn ich aufs Gelände des FC Bütchenbach trete. Steve ist ja jetzt auch gesperrt, weil er hat eine gelb-rote Karte gesehen, eben gerade durch diese Elfmeter-Szene, in der es dann nicht gab. Und da hat er sich dann ziemlich echauffiert gelb-rot gesehen und wird deswegen am Sonntag neben dem Platz stehen und nicht in der Coaching-Zone. Und dann kann er dich ja sogar jagen. Er meinte, er würde dann mit mir einen Kaffee trinken während des Spiels. Ich glaube, das kann ich mir abschmieren. Ja, mal schauen. Vielleicht komm ich doch mit und staube ich den Kaffee ab. Ja, boah, von mir aus trinkst du wieso keinen Kaffee? Also kannst du gerne machen. Ja, wir werden mal schauen. Auf jeden Fall, wenn du jedes Mal so lange Überlegungen anstellst, um auf deinen Tipp zu kommen, dann verstehe ich, wieso du so weit in Führung liegst. Bei mir ist das mehr so Feeling, aber offensichtlich kein gutes Feeling. Ich will ja auch unseren Zuhörern so ein bisschen Hintergrundinfos geben. Ja, ist mir nicht wichtig. Sympathiepunkte. Gut, damit würde ich sagen, belassen wir es diese Woche. Wir sind auf jeden Fall total froh, dass wir wieder da sind und hoffen, also hoffen wirklich, dass uns da Corona nicht noch mehr Striche durch die Rechnung macht. Also für das Wetter können wir nichts. Das ist ja jedes Jahr dann im Prinzip so. Aber wir hoffen dann doch, dass die Fans auch weiterhin am Platz sein können und wir jetzt nicht wieder wochenlange Unterbrechungen oder sogar einen Abbruch haben. Das hat echt gereicht die letzten Jahre und deswegen hoffen wir erstens, dass das Gemeindederby am Sonntag stattfindet und zweitens alle anderen 13 oder 12 Spieltage ebenfalls. Das würde ich genauso unterschreiben und damit verabschieden wir uns heute aus der Sendung des PPP. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Dankeschön, ciao. Direkt vom Platz, direkt ins Studio.